Wenn die Sonne heiß vom Himmel strahlt, sehnen wir uns nach einem Plätzchen im Schatten. Doch was, wenn ein Regenschauer die Outdoor-Pläne durchkreuzt? Mit dem Mirador Basic Pavillon müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. In unserem ausführlichen Produkttest zeigen wir Ihnen, warum diese hochwertige Überdarkung ihren Außenbereich in eine perfekte Wohlfühloase verwandelt. Das Besondere am Mirador Basic Pavillon ist sein einzigartiges Lamellendach. Die Aluminium-Lamellen lassen sich stufenlos neigen und bieten so optimalen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Bei geschlossenen Lamellen ist das Dach sogar vollständig wasserdicht, so dass sie trockenen Hauptes das Wetter genießen können. Dank des integrierten Wasserablaufsystems fließt Regenwasser zudem kontrolliert ab, ideal, um es zur Bewässerung ihrer Pflanzen zu nutzen. Nicht nur optisch, sondern auch in puncto Stabilität und Langlebigkeit überzeugt der Mirador Pavillon. Das Gestell ist aus hochwertigem Pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt und damit bestens für den Outdoor-Einsatz gerüstet. Mit seiner hohen Windstabilität bis zu 120 km pro Stunde hält er selbst stürmischen Wetterbedingungen zuverlässig stand. Und dank der einfachen Bedienung lässt sich das Lamellendach auch ohne viel Aufwand an wechselnde Wetterlagen anpassen. Auch beim Aufbau punktet der Mirador Pavillon. Dank der übersichtlichen Montageanleitung und der klaren Kennzeichnung aller Teile lässt er sich von 2-3 Personen in ca. 3-4 Stunden leicht zusammenbauen. Und selbst im Alltag erweist sich der Pavillon als äußerst pflegeleicht. Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch ganz einfach entfernen. Die hochwertigen Materialien sind zudem absolut wartungsfrei. Der Mirador Basic Pavillon vereint elegantes Design, höchsten Komfort und langlebige Qualität in einem Produkt. Dank des innovativen Lamellendachs und der robusten Bauweise ist er der perfekte Rückzugsort für Ihre Terrasse, egal ob Sonnenschein oder Regen.